Heute habe ich zwei sehr mysteriöse und ungelöste Fälle für euch, einen aus Taiwan und einen aus Japan. Denkt daran, dem Video ein Like zu geben und abonniert noch schnell den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Ein extrem merkwürdiger Vorfall hat sich im Jahr 2008 in Taiwan ereignet. Die 37-jährige Lo verlässt am späten Abend ihr Haus, in dem sie gemeinsam mit ihrer Mutter und vier Töchtern lebt. Ihr Mann, mit dem sie eine problematische Beziehung hatte, lebt seit einiger Zeit von der Familie getrennt. Lo nimmt eine ihrer Töchter mit, als sie an dem Abend geht und erzählt ihrer Mutter, dass sie das Kind zum Übernachten zu einer Freundin bringen möchte. Dann fährt sie mit ihrer Tochter auf dem Moped davon. Die beiden kehren nicht zurück. Einige Zeit später hält Lo am Finanz- und Wirtschaftsgebäude, in dem sich in den oberen Stockwerken auch private Wohnungen befinden, an. Der Pförtner bemerkt sie und sie sagt, sie wolle einen Freund im Gebäude besuchen und steigt mit ihrer Tochter in den Fahrstuhl. In den frühen Morgenstunden fällt dem Pförtner auf, dass die fremde Frau gar nicht zurückgekommen ist. Er beginnt, die Aufnahmen der Überwachungskameras aus dem Fahrstuhl anzusehen. Dabei stellt er fest, dass die Frau, die extrem nervös wirkt, den elften Stock gewählt hat. Während der Fahrt zieht sie sich selbst und dann ihrer Tochter erst die Jacke und dann die Schuhe aus und wirft die Kleidung in eine Ecke des Fahrstuhls. Im elften Stock angekommen, zerrt sie ihre Tochter heraus und verschwindet mit ihr auf den Flur. Der Pförtner ruft sofort die Polizei, da er vermutet, dass die Frau plant, sich umzubringen. Doch weder die Frau noch ihre Tochter können irgendwo im Gebäude gefunden werden. Sie sind spurlos verschwunden. Die Aussage des Pförtners, dass er sicher ist, dass die beiden das Gebäude nicht verlassen haben, wird dadurch untermauert, dass auch die Überwachungskamera im Eingangsbereich niemanden mehr beim Verlassen des Gebäudes aufgezeichnet hat. Darüber hinaus haben die Ermittler zunächst keine Ahnung, um wen es sich bei der Frau und dem Kind handelt. Erst nachdem einige der Aufnahmen aus dem Fahrstuhl im Fernsehen gezeigt werden, meldet sich Los Exmann. Er hat aber auch keine Erklärung für ihr Verhalten. Natürlich wird das ganze Gebäude, also auch das Dach, die Kellerräume und weitere für alle Bewohner zugängliche Bereiche in den folgenden Tagen noch mehrfach gründlich durchsucht. Doch es kann überhaupt kein Hinweis auf Loh und ihre Tochter gefunden werden. Auch auf Aufnahmen von weiteren Kameras in den Flurbereichen des Hauses sind sie nicht zu sehen. Allerdings wurden mangels Durchsuchungsbefehlen nicht alle der privaten Wohnungen im Gebäude untersucht, so dass eventuell die Möglichkeit besteht, dass sie dort doch jemanden besucht haben und dass dort etwas geschehen ist. Auf der anderen Seite, wenn dies so sein sollte, wie hätten die Leichen von zwei Personen in den folgenden Tagen aus dem Gebäude gebracht werden sollen, das ja voller Polizei war? Außerdem, wenn sie einem spontanen Verbrechen zum Opfer gefallen sein sollten, macht die Kleidung, die im Fahrstuhl gelassen wurde, ja keinen Sinn. Dies sieht ja eher danach aus, dass Loh selbst etwas plante. Loh und ihre Tochter konnten bis heute nicht gefunden werden. In den letzten Jahren war die Rede davon, dass die Ermittlungen zu dem Fall wieder aufgenommen werden sollen, doch diese haben, wenn sie erfolgt sind, noch nichts ergeben. Im Jahr 1972 möchte die 24-jährige Keiko Inoue aus Shovacho in der Präfektur Gunma mit ihrem Bruder und ihrer Mutter für einige Tage in einen Onsen, also ein Hotel mit einer heißen Quelle, nach Matsuida fahren. Sie waren bereits zweimal zuvor dort und Joko freut sich auf den Aufenthalt, doch im letzten Moment hat ihr ebenfalls erwachsener Bruder plötzlich keine Lust mehr und auch die Mutter ändert kurzerhand ihre Pläne und die beiden bleiben zu Hause. Keiko macht sich also am 13. August alleine auf den Weg nach Matsuida, doch im Onsen gibt es zunächst eine merkwürdige Situation. Die Mutter, die ja eigentlich gemeinsam mit dem Bruder mitfahren wollte, hat bereits Zimmer für alle gebucht, doch Keiko sagt nichts von der Reservierung und fragt nach einem Einzelzimmer. Als sie ihren Namen angibt, fällt der Betreiberin die bereits vorhandene Reservierung auf den gleichen Namen auf und Keiko gibt nun erst an, dass dies ihre Reservierung sei und dass ihr Bruder und ihre Mutter nicht kommen würden. Die Besitzerin ist nicht gerade begeistert über die kurzfristige Absage und die spontane Umbuchung und denkt, Keiko wollte die unangenehme Situation vermeiden, indem sie direkt nach einem Einzelzimmer gefragt hat. Sie sagt, sie sei in diesem Moment von ihrem Verhalten sehr irritiert gewesen. Am nächsten Tag sieht die Besitzerin des Onsens sie dann, als sie zu einer Wanderung in die Berge aufbrechen möchte, und wundert sich, dass sie High Heels trägt. Sie weist sie darauf hin, dass die Wanderung in den Bergen gefährlich sein kann, wenn sie alleine unterwegs ist und sagt ihr, dass ihre Schuhe ungeeignet sind. Keiko antwortet, dass es okay ist, alleine zu sein und kauft ein paar Tourenschuhe aus dem Sortiment des Hotels, die sie dann anzieht. Obwohl es an dem Tag über 30 Grad sind, macht sie sich dann zu Fuß alleine auf den Weg. Keiko kehrt an dem Abend nicht ins Hotel zurück und nachdem sie am nächsten Tag, an dem sie eigentlich wieder nach Hause fahren wollte, dort nicht ankommt, fährt ihre Schwester zum Onsen, um sich nach ihr umzusehen. Sie kann keine Spur von ihr finden und im Hotel erfährt sie nur, dass Keiko bereits am Abend des 13. nicht zurückgekehrt ist. Am 16. August reicht die Familie eine Vermisstenmeldung bei der Polizei ein, doch Keikos Vater organisiert auch selbst eine Gruppe von etwa 10 Männern, die sich auf eigene Faust in der Nähe des Onsens umsehen. Einer dieser Männer nimmt eine Holzhütte in der Nähe eines Staudamms, der sich gerade im Bau befindet, unter die Lupe. Die Hütte ist etwa 7 Kilometer vom Onsen entfernt und liegt in dem Gebiet, in dem Keiko wandern wollte. Zu seinem Entsetzen findet der Mann in der Hütte die Leiche einer jungen Frau. Es ist Keiko. Mehrere ihrer Rippen sind gebrochen und sie hat 24 Stichverletzungen am ganzen Körper verteilt. Anhand der Blutspuren in der Hütte rekonstruiert die Polizei, dass sie im Eingangsraum umgebracht und dann in den zweiten Raum der Hütte geschleift wurde, wo der Täter sie abgelegt hat. In der Hütte können Fußspuren von Tabis gefunden werden. Bei Keikos Leiche befindet sich noch ihre Kamera, die sie auf ihrer Wanderung dabei hatte. Sie hat unterwegs einige Fotos gemacht und auf zwei davon ist sie selbst zu sehen. Wer hat kurz vor ihrem Tod diese Fotos gemacht? Da die Polizei keinerlei Hinweise auf den möglichen Täter hat, beschließt sie, eins der Fotos in einer Zeitung zu veröffentlichen, um weitere Informationen zu bekommen. Das veröffentlichte Foto ist das zweitletzte, das mit der Kamera gemacht wurde. Daraufhin meldet sich tatsächlich ein Mann bei der Polizei, der behauptet, das Foto gemacht zu haben. Der Mann gibt an, aus Setagaya in Tokio zu kommen und an dem Tag zum Angeln zu einem See im Berggebiet gefahren zu sein. Plötzlich sei Keiko auf ihn zugekommen und hätte ihn gebeten, ein Bild von ihr zu machen. Er beschreibt, dass er dies zunächst abgelehnt hätte, da er gar nicht weiß, wie eine Kamera funktioniert. Doch Keiko hätte ihm erklärt, den Auslöser zu drücken und danach hätte er das Bild gemacht. Anschließend sei die junge Frau sofort alleine weitergegangen. Bei der Befragung des Mannes unterläuft der Polizei ein unglaublicher Fehler. Sie nehmen den Namen und den Wohnort, den der Mann ihnen gibt, auf, aber überprüfen die Infos nicht anhand eines Ausweises. Als sie den Mann später wegen weiteren Befragungen kontaktieren wollen, stellen sie fest, dass die von ihm angegebene Telefonnummer nicht funktioniert und dass es in Setagaya in Tokio keinen Mann mit dem angegebenen Namen gibt. Er kann nie mehr ermittelt werden. Die Polizei hat ihn auch nicht gefragt, welche Schuhe er an dem Tag getragen hat. Wer ist der mysteriöse Angler und hat er etwas mit der Tat zu tun? Wenn ja, warum hat er sich dann überhaupt freiwillig gemeldet und angegeben, das Foto gemacht zu haben? Wenn seine Geschichte stimmt und er tatsächlich nur das Foto gemacht hat, warum hat er dann einen falschen Namen angegeben? Oder ist er einfach nur jemand, der sich wichtig machen wollte, hat aber in Wirklichkeit gar nichts mit dem Bild zu tun und hat deswegen seinen echten Namen verborgen? Dann gibt es noch ein weiteres Foto, das letzte, das mit der Kamera aufgenommen wurde. Das Original des Bildes ist nie veröffentlicht worden, doch einige der Dorfbewohner, die es gesehen haben, stellen es mit einer anderen Frau nach. Während Keko auf dem vorherigen Bild unauffällig wirkt, soll sie auf dem letzten Bild eine steife Körperhaltung und einen ernsten Gesichtsausdruck gehabt haben. So wie die Frau hier darstellt, sie steht knietief in der Vegetation des Waldes und ihre Beine sollen bis zu den Knien mit Nebel bedeckt gewesen sein. Im Gegensatz zu den vorherigen Fotos, die sie gemacht hat, kann die Polizei den Aufnahmenort des letzten Bildes nicht genau definieren. Sie finden den Ort nicht. Der Angler hatte behauptet, nur das vorletzte Foto gemacht zu haben. Hat der Täter sie zum Zeitpunkt des letzten Fotos etwa bereits in seiner Gewalt gehabt? Das Bild ist zwar nun nachgestellt, aber was meint ihr? Könnte die Tatsache, dass das Original des Bildes der Öffentlichkeit vorenthalten wird, eben genau das bedeuten, nämlich, dass die Ermittler ebenfalls denken, dass sie zu der Zeit bereits vom Täter kontrolliert wurde? Und wenn der Täter tatsächlich die gleiche Person gewesen ist, die das Bild gemacht hat, also zum Beispiel der Angler, warum hat er die Kamera mit dem Bild dann nicht behalten? Und wieso hat Keko sich bereits vor dem Vorfall im Onsen so merkwürdig verhalten? Mutmaßungen dazu im Internet beziehen sich darauf, dass sie eine Entwicklungsstörung oder eine psychische Störung gehabt haben könnte. Dies sind aber reine Spekulationen, um ihr Verhalten zu erklären. Falls dies stimmt, könnte dies dazu geführt haben, dass sie einen wildfremden Mann, also den späteren Täter, alleine in den einsamen Bergen angesprochen und ihn gebeten hat, ein Foto zu machen? Die Ermittler jedenfalls finden weder den mysteriösen Angler noch irgendwelche weiteren Hinweise, weder in Kekos privatem Umfeld noch unter den Wanderern und Urlaubern, die in der Gegend waren und schließen den Fall am Ende ungelöst. Was denkt ihr zu diesen beiden ungelösten Fällen? Habt ihr irgendwelche Ideen oder Theorien, die ihr für plausibel haltet? Lasst sie mir gerne unten in den Kommentaren. Denkt auch daran, den Kanal zu abonnieren und ein Like da zu lassen. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Danke fürs Anschauen, bis gleich!